Du möchtest wissen, wie man sich ein Ghost-Rating-Unternehmen aufbaut und dadurch dann wirklich richtig, richtig gute Summen monatlich verdienen kann? Dann bist du in diesem Video genau richtig. Ich werde dir Schritt für Schritt zeigen, wie du dir so ein Business aufbauen kannst und nicht nur das, sondern ich werde dir natürlich auch erklären, was du dafür alles brauchst. Und bevor wir jetzt mit dem Video anfangen, lass doch mal gerne ein Abo auf diesem Kanal da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und nun stellt sich wahrscheinlich der ein oder andere die Frage, was bedeutet denn eigentlich Ghost-Writing? Ganz einfach erklärt, ein Ghost-Writer ist eine Person, die jemandem ein Buch schreibt. Und keine Sorge, ihr müsst das nicht mal selbstständig tun. Also wenn ihr keine Bücher schreiben könnt, dann könnt ihr natürlich auch jemanden dazu beauftragen. Und gerade bei so einem Ghost-Writing-Unternehmen gibt es ein paar wichtige Sachen zu beachten. Wie zum Beispiel, ganz ganz wichtig, bitte schreibt nicht irgendwelche ärztlichen Bücher, womit ihr euch gar nicht auskennt, beziehungsweise euer Ghost-Writer. Das können auch zum Beispiel gewisse Themen sein, womit sich der Ghost-Writer noch nicht so stark befasst hat, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal Elektrotechnik. Da würde ich euch dann definitiv davon abraten. Also gerade wenn das so einfache Bücher sind, kann man das immer wieder gerne machen. Aber bei so Speziellen, wie zum Beispiel Doktorarbeiten oder irgendwelche Elektrotechnik-Bücher, da würde ich dann immer dem Kunden klar machen, hey, tut mir leid, das können wir leider nicht für dich erledigen. Außer natürlich euer Ghost-Writer hat die Erfahrung mit Elektrotechnik zum Beispiel. Dann könnt ihr das natürlich auch liebend gerne tun. Genau, genug geredet. Ich würde sagen, wir springen direkt einmal rüber auf meinen Computer und schauen uns einmal gemeinsam an, auf welchen Seiten man diese Ghost-Writing-Dienstleistung anbieten kann. Und natürlich auch noch ein paar weitere Sachen, die man bei diesem Business beachten sollte. Also, wenn ihr wirklich ein Ghost-Writing-Business starten möchtet, dann ist natürlich der große Vorteil, dass ihr da auf Langzeitbasis wirklich viele Kunden dazu gewinnen könnt, die auch wirklich mit euch länger zusammenarbeiten. Aber das Problem ist, ihr braucht natürlich auch ein gewisses Startkapital, weil so ein Buch zu schreiben ist gar nicht mal so billig. Es kann gut sein, dass alleine ein Buch für euch schon 1000 Euro kostet. Und dadurch kommt natürlich auch noch dazu, dass ihr zum Beispiel einen Cover braucht. Ihr braucht jemanden, der euch das Buch formatiert. Ihr braucht eine Rechtschreibung und Grammatik-Korrektur. Dann braucht ihr natürlich eventuell noch einen Übersetzer. Also, muss nicht unbedingt sein. Aber wenn der Kunde zum Beispiel möchte, dass das Buch nochmal in eine Sprache übersetzt werden soll, dann braucht ihr natürlich auch diese Leute. Also, ich persönlich würde euch empfehlen, sucht euch vielleicht einen Übersetzer, der das Ganze auf Englisch übersetzen kann, weil meistens die anderen Sprachen dann nicht so häufig benötigt. Gut, vielleicht Spanisch noch. Das könnte man vielleicht auch noch suchen. Aber Deutsch, Spanisch und Englisch sollten auf jeden Fall so die Sprachen sein, auf die ihr zuerst einmal den Fokus setzen solltet. Nun, aber was kostet denn eigentlich so ein Ghostwriter? Also, ich kann euch sagen, pro Wort ist ein guter Preis zwischen 1 und 2 Cent. Wenn ihr wirklich so einen Ghostwriter finden solltet, dann habt ihr auf jeden Fall euren Mann gefunden. Natürlich ist es aber so, dass der Ghostwriter, würde ich euch persönlich empfehlen, aus Deutschland kommen sollte, weil sonst ist natürlich das große Problem, wenn der Ghostwriter aus einem anderen Land kommen sollte, dass ihr dann natürlich ein Problem habt, wenn dieser irgendetwas abschreiben sollte und ihr dann rechtlich belangt werdet. Und ich kann euch sagen, es gibt wirklich viele Ghostwriter da draußen, die schreiben ab, beziehungsweise schreiben keine guten Texte. Und genau aus diesem Grund würde ich euch empfehlen, sucht euch am besten einen Ghostwriter aus Deutschland, setzt euch mit dem einmal zusammen, sagt ihm vielleicht, kannst du mir mal ein Buch von dir schicken, schaut euch das Ganze an, ob euch das auch wirklich gefällt. Und wenn ihr dann sagt, okay, das passt soweit alles, dich kann ich einstellen für 1 bis 2 Cent pro Wort, was natürlich auf Langzeitbasis gesehen ist, also das müsst ihr der Person immer klar machen, weil wenn die Person weiß, okay, das ist nicht auf Langzeitbasis, dann wird die höchstwahrscheinlich zu 1 bis 2 Cent pro Wort Nein sagen. Und ich kann euch sagen, es gibt viele Leute da draußen, die euch sagen werden, es ist zu wenig, aber ich kann euch sagen, 1 bis 2 Cent sind pro Wort an sich sehr, sehr gut bezahlt. Wenn man das wirklich auf Langzeitbasis, Vollzeit macht, dann kann man monatlich damit auf jeden Fall auch schon richtig gutes Geld verdienen. Nun aber, für wie viel soll ich dann meinem Kunden das Angebot machen? Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr wirklich für 1 bis 2 Cent pro Wort jemanden gefunden habt, der euch das Ganze machen kann, dass ihr dann ganz einfach den Leuten das für 3 bis 5 Cent weiterverkauft, also für den doppelten Preis so gesehen, beziehungsweise fast schon für den 3- oder 5-fachen Preis. Und das ist auf jeden Fall schon, würde ich persönlich sagen, ein recht guter Preis, also ungefähr zwischen 3 und 5 Cent solltet ihr das Ganze anbieten. Viel zu hoch würde ich natürlich auch nicht gehen, weil das den Leuten sonst so viel wird. Das sind normalerweise so die Preise, was das Ganze angeht. Und natürlich müsst ihr auch noch berechnen, wie viel ein Cover-Designer kostet, Formatierung, etc. Dafür könnt ihr euch aber auch auf Fiverr ein bisschen orientieren. Also hier kann ich jetzt zum Beispiel nach einem sogenannten Cover-Designer suchen und dann sehe ich, okay, hier gibt es Cover-Designer, die erstellen mir ein Cover für, sage ich jetzt einfach mal hier, 10 Dollar. Das bedeutet, ich kann das Cover dann weiterverkaufen für 20 Dollar zum Beispiel. Also für das Doppelte würde ich es auf jeden Fall weiterverkaufen, wenn nicht sogar für das Dreifache, also in diesem Fall 30 Dollar. Nun stellt sich aber wahrscheinlich der ein oder andere die Frage, ja gut, aber wie ist das jetzt, wenn dem Kunden das Cover nicht gefällt? Gar kein Problem, ihr könnt hier auf Fiverr natürlich jederzeit der Person sagen, hey, das und das muss noch geändert werden. Also ihr leitet so gesehen einfach die Informationen weiter und dadurch weiß dieser Cover-Designer, okay, das ändern wir jetzt einmal und wenn die Änderungen getroffen wurden, dann könnt ihr das Cover wieder an euren Kunden weiterschicken. Und wenn er das bestätigt und sagt, okay, damit bin ich zufrieden, dann könnt ihr eurem Freelancer sagen, okay, du kannst mir das Ganze einmal fertig machen, die Formate einmal zuschicken und dann kann ich das so gesehen an meinen Kunden weiterschicken. Und so lässt sich mit Ghostwriting auf jeden Fall richtig, richtig gutes Geld verdienen, vor allem, weil diese Nische noch ziemlich unbekannt ist. Also viele Leute möchten zum Ersten natürlich nicht mehrere tausend Euro Startkapital investieren und zum Zweiten natürlich auch, wie gerade eben schon gesagt, ist diese Nische auch wirklich sehr unterbesetzt. Das kann ich euch alleine hier auf Fiverr zeigen, wenn ich jetzt hier nach einem sogenannten Ghostwriter einmal suche, für deutsche Bücher sagen wir es einfach mal, dann werde ich da ziemlich, ziemlich wenig Leute finden. Also hier gerade mal 80 Leute, obwohl man damit richtig gutes Geld verdienen kann. Wenn ich jetzt nach einem normalen Ghostwriter suche, dann seht ihr auch schon, gibt es dafür gar nicht mal so viele Angebote. Ich meine gut, 11.000 sind jetzt vielleicht auch ein bisschen viel, aber ihr müsst euch überlegen, das ist jetzt hier in vielen verschiedenen Sprachen, also auf Japanisch, auf Deutsch, auf Englisch und so weiter und so fort. Und gerade wenn ihr deutsche Bücher schreiben möchtet und euch auf dem deutschen Markt etablieren möchtet, dann ist natürlich hier in diesem Fall ein deutscher Ghostwriter euer Ansprechpartner. Ihr könnt gerne mal auf Fiverr nachschauen, aber ich kann euch sagen, in den meisten Fällen gibt es dort Leute, die nicht so gute Texte schreiben, aber trotz dessen probiert gerne mal euer Glück aus. Wie gesagt, setzt euch mit der Person zusammen, fragt die wirklich, wie lange sie das Ganze schon macht und lasst euch ein Buch von der Person zuschicken, damit ihr auch wirklich seht, wie sie ihre Arbeit macht. Nun, wenn ich dann soweit einen Freelancer gefunden habe, dann ist natürlich die Frage, wo kann ich denn jetzt meine Dienstleistung anbieten? Einmal dürft ihr raten, das könnt ihr auch zum Beispiel auf Seiten wie Fiverr tun. Das heißt, ihr könnt euch hier auf Fiverr anmelden und dann ganz einfach euren eigenen Gig erstellen und darüber dann eure Ghostwriting-Dienstleistung verkaufen. Natürlich gibt es da auch noch viele andere Seiten, wie zum Beispiel Upwork, was sich auch sehr, sehr lohnt. Hier gibt es Leute, die nach einem sogenannten Ghostwriter suchen, in vielen verschiedenen Sprachen und ihr könnt euch dann ganz einfach auf diesen Auftrag bewerben und falls ihr Glück habt, kann es gut sein, dass ihr für diesen Auftrag auch angenommen werdet. Also Upwork und Fiverr sind auf jeden Fall schon so die Nummer 1 Plattformen, was das Ganze angeht. Sonst könnt ihr natürlich auch euch einen YouTube-Kanal erstellen und dort einfach nochmal zeigen, dass ihr ein Ghostwriting-Unternehmen seid, was ihr alles anbietet. Da immer mal wieder ein bisschen Content hochladen und dann kann es natürlich auch gut sein, dass ihr hierüber den ein oder anderen Kunden finden werdet. Natürlich müsst ihr nicht nur Videos hier erstellen, sondern ihr müsst auch sagen, dass sich unten in der Beschreibung eine E-Mail-Adresse befindet. Also falls jemand Interesse hat an so einer Ghostwriting-Dienstleistung, dann kann er euch dort unter der E-Mail-Adresse kontaktieren. Oder was auch sehr, sehr gut funktioniert, sind sogenannte Facebook-Gruppen. Da könnt ihr in viele verschiedene Gruppen reingehen, wo ihr meint, dass dort ein Ghostwriter gesucht wird, wie zum Beispiel in Lesegruppen kann ich reingehen, ich kann in Ghostwriter-Gruppen allgemein reingehen beziehungsweise vielleicht Schreibergruppen und da kann es vielleicht mal immer wieder gut sein, dass dort ein Post gepostet wird, wo ein Ghostwriter gesucht wird. Und falls ihr dort so einen Post finden solltet, dann könnt ihr die Leute ganz einfach kontaktieren, am besten einen Kommentar schreiben und dann noch eine Privatnachricht, damit ihr wirklich auf Nummer sicher gehen könnt, dass eure Nachricht auch gelesen wird. Zum anderen gibt es natürlich auch noch Seiten wie People Per Hour. Die Seiten werde ich euch natürlich wie immer unten in die Beschreibung einmal reinpacken. Hier könnt ihr auch eure Ghostwriting-Dienstleistungen anbieten oder auch hier auf der Seite freelancer.com beziehungsweise eine Seite, die vielen vielleicht noch nicht so bekannt ist, namens guru.com. Hier kann man auch Writing und Translation-Dienstleistungen, wie man hier oben erkennen kann, anbieten. Genau, mein Tipp ist auf jeden Fall, bewert euch auf allen möglichen Plattformen, schaut, dass ihr wirklich so viel wie nur möglich macht, weil das Ghostwriting-Business ist auf jeden Fall ein Business, womit man im Jahre 2022 anfangen soll. Und natürlich auch noch in den Folgejahren, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich persönlich werde es auch noch anstreben, ein Ghostwriting-Unternehmen zu gründen, weil ich halt wirklich ganz genau weiß, dass sich dieses Unternehmen auf jeden Fall lohnen wird. Okay, das war es dann aber auch schon mit diesem Video. Lasst mich doch gerne mit einer Bewertung oder einem Kommentar wissen, ob ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao!